äh, okay ähm, ja Servus Leute, zur dritten Folge wieso habe ich jetzt direkt beim Start so eine Nachricht könnte das an dem Update liegen, das jetzt rausgekommen ist ähm, was brauche ich Copper Bass, okay Library, You Want to Snipe, lang genug, bla 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 Hä, ich habe ein anderes Schwert okay wieso habe ich jetzt ein anderes Schwert und wieso macht das so wenig Damage wo ist mein hä, ich habe auf einmal ganz anderes Zeug im Inventar sind dann die Monster auch schwächer ich hoffe es ähm, Quest Ship Truster und Stone Furnace Okay und Stone Furnace habe ich ja schon Was ist das? Furnace Melting some Iron Ore to obtain an Iron Bar So, okay Wo ist er hin? Wo ist mein Furnace da ist er So die Treppen mache ich mal ein paar hier hin und klatsche ein paar Kisten drauf Bäh, Hilfe falsche Taste Iron Bar sehr schön ein Iron Anvil den brauche ich für die Rüstung die ich mal letztes Mal schon hätte machen sollen ach komm und ich habe noch ein paar Kisten drauf Silber kann ich auch ein toll Gold Bar Helfer für Copper habe ich dann so die weg meinen Anvil kann ich den schon machen Äh, war natürlich klar Okay Hm, das macht alles weniger Damage Auf einmal Und wieso Ist mein Meta-Manipulator auf einmal eine Pickaxe Was? Ein Durcheinander Copper Silver Gold Iron Platinum Habe ich noch irgendwas übrig? Das da habe ich noch Und das da Äh So Das Fleisch mache ich mal Auf die 6 Bäume pflanze ich jetzt nämlich nicht unbedingt Zumindest jetzt noch nicht Wieso ist das Äh Moment Die ganzen Seeds Sind hier Wieso ist der Reis Da? Ich hatte ja noch nicht mal das Inventar voll Uh, kann ich eigentlich ein Cooking Table bauen? Oder brauche ich da auch wieder noch irgendwas Äh Mach jetzt Ha Natürlich habe ich die weggepackt So Boden Cooking Table Kraft Äh Geht doch weg jetzt 20 Fenster aufmachen ist immer lustig So Direkt mal stapeln Hab nicht so viel Platz Wo ist jetzt der Iron Bar hin? Äh Copper Okay So Bin ich jetzt Fast fertig Das hier noch Cooking Komisch Er sagt mir kein neues Rezept Na egal Ähm Dann Versuche ich noch mal zu den Core Fragments zu kommen Ruckeln Und ich bin schon wieder irgendwo anders Ich hoffe ich laufe in die richtige Richtung Hallo Springen Hm Nein Irgendwie Hallo Moment Doch Ich bin richtig Juhu Warum der jetzt auf einmal irgendwo einen anderen Spawnpunkt hat Verstehe ich zwar nicht ganz aber Was soll's Äh Nein Ich nehme Ich nehme Warte Ich nehme An Warte Du Ich nehme Warte Und In Ich muss den nächsten Viech angreifen. So, Eisen. Zwei Fackeln habe ich noch. 37. Okay. Nein, falsch. Boah, die Mucke ist aber laut. Ah, da komme ich nicht hoch. Greifst du an? Nein. Aber ja, hier greift er an. Ich will zu diesem Orrberg. Hä? Okay. In Orrs sind auch Climbing Robes drin. Komm, hopp! Krass! 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 Hä? Wie kam ich denn da durch? Wo habe ich meine Dirts? Hat der mich jetzt auch schon gesehen, oder was? Ich will mal gucken, ob ich noch den tiefsten Punkt finde. Äh, wenn ich nicht am Pfütze hängen bleibe. Hm. Eine Fackel gefunden. Was? 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 Witzig, dass da noch Tortschissen und alles mögliche drin sind. Hm, hm. Räusper, räusper. Ja. Guck. Klingt so fleischig. Puh! Ich schlage einen Metallklumpen. Klingt nach Fleisch. Eisen ist immer gut! So, wo buddel ich mich jetzt weiter runter? Ich will zu den Core-Fragments, ich will aber auch nach Wisto und ich will zu viel! Was? Okay... Einmal Bombe bitte, oder was? Ich sag ziemlich oft so! So... Auf geht's in die Tiefe! Auf der Suche nach Core-Fragments! Ich würde mich gerne mal ein bisschen durch die Galaxie düsen! Dann irgendwann ein Haus bauen! Und das wahrscheinlich dann nach dem Update jetzt... Einfach irgendein NPC einziehen! Außer... Man hat da irgendwas eingebaut... Dass die nur einziehen, wenn ich so ein Spawner-Ding reinbaue! Was ich hoffe! Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich mir ein Haus baue! Und dann irgendeiner da reingeht! Toll! Ich habe gedacht, das wäre die nächste Höhle! Okay... Wir legen uns zur Erde! Geht schneller! Wir müssen durch! Auch dort! Bloß andere! Wir machen uns das! Cooler! Boah! Und mit Update für den Meta-Manipulator war es auch noch! Ja! Es brummt! Und die Mucke... Äh! Änder zwischen! Ich hoffe der Planet ist nicht so riesig, dass ich jetzt Ewigkeiten hier rumgraben muss! Was ist das da unten? Das ist so ein Leuchtevieh. Wahrscheinlich wieder die Bombe. Beschützt von irgendeinem blöden Vieh wieder. Wie sollte es auch anders sein? Da kann ich mir einen schönen Dreckberg draus bauen aus dem ganzen Dirt, den ich jetzt einsammle. Das ist auch eine Höhle. Eine sehr große Höhle. Hm. Ich hätte gern irgendwas zum Schießen. Doppelkill. Gut, dass man die Pixel nicht braucht für... Gut, dass man die Pixel nicht braucht für... Hm. Lecker. Heilung. Äh. Äh. Moment. Wir können mal die Flares ausprobieren. Aha. Sehr schön. Es leuchtet rot. Auf. In das Rotlichtmilieu. Musste ja... Gesagt werden. Wie lang brempt das Ding? Puff. Genau, jetzt. Puff. Oh. 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 Wie viele von den Viehchen sind hier noch. Kann ich die Corefragment schon sehen? Nein, kann ich nicht. Waaah. Hey, eine Fläger. Gut, dann grabe ich mich hier weiter durch. Oh, beinahe wäre schiefgekommen. Ich sollte das hier wegraben, sonst komme ich nicht mehr hoch. Ah, Glück gehabt. Ich dachte ich hätte mich ja wieder kaputt gesprungen. Da geht's noch weiter. Ich hänge mit dem Kopf fest. Da geht's noch weiter. Da geht's noch weiter. Da geht's noch weiter. Einfach mal hinspringen. Das reicht ja nicht an. Ich kann mich zwar töten, muss es aber nicht. Blödes Gold, du stehst im Weg. Ich könnte jetzt wieder hoch. Und mir eine Rüstung bauen. Da geht's noch weiter. Löö. Das hängt noch nicht fest. Boah, Froschemals. Hä? Wo ist das? Ah, hier. I can slot a bunch of these together to make them that nipple later module. Mhm. Brauch ich die jetzt auch noch, oder was? Na gut, dann muss ich auch noch so ein Zeug jagen jetzt. Ding, 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 ding. 10 Gerader. Stein und Kohle. Da gibt es Stein und Kohle. Äh, ja. Ist das Sand? Ich glaube, dieser Ton geht einem noch eine Weile auf den Sack. Kann man die noch irgendwie ausstellen, oder so? Ich habe nämlich nichts in den Einstellungen gefunden. Ich habe noch ein bisschen Licht hier rein. Vielleicht auch nicht schlecht. Immer noch keine Korsen-Sicht. Okay. Da kommt schon wieder Stein. Ich will auf andere Planeten. Oh. Gib mir Core-Fragments. Wie viel brauche ich? 20? Ich glaube schon. Es rauscht. Ich muss eigentlich relativ weit unten sein jetzt schon. Bei diesem Planeten zumindest. Ist das Silber? Ah. Platin. Yay. Da kommt glaube ich noch mehr. Hm. Kohle. War da nicht gerade noch irgendwo gold? Hm. Keine Ahnung. Oh. Ich habe keine Fackeln mehr. Ach so. Ein Bledermischt. Kann ich mir noch welche basteln? Ajo. Supergeil. Wieso sind die jetzt nicht auf dem 1er direkt? Hm. Muss ich erst noch scannen oder was? Das ist auf dem ersten Planeten schon Platin gibt. Sonst sind wir erst im ziemlich viel schwierigeren Gebiet. Und gleich so viel. Hä? Ja. Was habe ich da? Wet dirt. Ok. Deswegen matsch das auch so. Könnt's da schneller? Ja. Wieso habe ich die Steine weggebracht? Ja. Wieso? Wieso? Was ist denn denn da? Wieso? Oh. vielleicht eine Möglichkeit. Hm. Komm ich da vielleicht schneller runter? Todes. Ich hab gedacht, da geht's vielleicht irgendwie schneller. Aber nö. Okay. Weiter geht's. Ich glaub, da kommt die nächste Höhle. Okay. 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 Ich mach mal die Kohle mal noch mit. Okay. Okay. Ich muss doch eins langsamer da unten ankommen. Kein Bock da mich drei Tage durch zu graben. Ich würd gern die neuen Features sehen. Und gegen... Im Kopf gegen Steine laufen. Okay. 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 Ich weiß, da wär die nächste Höhle. Ist das wieder normaler Dirt oder was? Ja. Irgendwann verrecke ich sowieso nochmal Und dann kann ich mir vielleicht eine Rüstung bauen Ein bisschen Eisen und so habe ich ja jetzt abgesammelt Ich hoffe das reicht Naja, bis ich verrecke werde ich wahrscheinlich genug Eisen zusammen haben Hoffe ich, denke ich Nächste Höglalow Guck schon, ich will keine drei Stunden graben, das mache ich dann später, wenn ich irgendwie diese Ultrarüstung oder so sammeln muss. Oder was heißt sammeln? Die Erze dafür? Hm, nächster Stein... ich grabe mich durch die Erde. Und... Ah, da war die Höhle zu Ende deswegen. Da ist noch mehr Höhle zu Ende. Ja, gut. Oder auch nicht. Ah, da sind die Corefragments. Okay. Dann grabe ich mich da jetzt noch durch. Dann will ich da jetzt auch noch hin. Ich habe gedacht, ich muss das nochmal eine Folge in die Länge ziehen. Aber wenn es da schon leuchtet, dann renne ich mit dem Kopf nochmal gegen den Stein. Und ich habe hier nochmal ein bisschen Höhle. Geh weg da, Pflanz. So. Kein Bock auf Scha... Fallschad... Schadenfall. Höhle. Versicherung und so. Hä? Ah. Boah. Das ist ja voll viel. Was ich da letztes Mal versucht habe, Corefragments zu finden, hat es irgendwie Ewigkeiten gedauert, weil da nur so zwei, drei Stück irgendwie alle paar hundert Meter drin war. Und da ist jetzt gleich mal ein halbes... Oh. Hier ist der... Halbes Backpack. Hoppla. Was ist das? Ich kann diese Komponente nutzen, um die Schäden und andere nutzende Werkzeuge zu verbessern. Cool. Learn to Craft Upgrade Material. Ist das irgendwie eine andere... Oh, eine Eisenkiste. Ich habe gedacht, die Kiste sieht ein bisschen anders aus. Hätte ja auch ein bisschen Eisensatt drin sein können. Ha. Vielleicht mal Lava hier. Das war mein Lava hier. wohl lass mal kurz die Schnarchen. Ich muss mich nicht mehr aufpassen, ey! Ich muss dich sicher. Na kommschu... checking mal ein wenig... Oh, ich bin da... Ich bin da. ... ich bin da... Oh, ich bin da... Jawoll Boah was ist das für ein Gelegge jetzt auf einmal? Cool, man muss ja gar nicht mehr refinen Oh, einen Flayer Ich baue einfach mal das ganze Ding hier ab Auch einfach weil ich wissen will Achso, da ist noch mehr Diamant Alles klar Ich hab gedacht das wäre irgendwas anderes Weil der so komisch grün leuchtet in diesem Core Fragment Schimmer Schimmer Ja, ich nehm noch ein paar Und ab zur Oberfläche Ich will das Schiff reparieren Ähm Wenn ich hier wieder rauskomme Ja, ja Macht mir doch nix zu viel Aber das macht was Wie tut das? Ich so gut zählen kann Hä Hä, was ist denn nur los? Ich hätte auch raus und rum gehen können Aber nö Kein Bock Ja Ähm Man konnte wenigstens wieder nach oben Ähm Springen Sehr gut Ähm Links rum Links rum oder rechts rum? Manchmal sollte man sich Wegweiser bauen Ah Aber noch manchmal Bis jetzt finde ich den Weg nach draußen Und zack verlief er sich Woah Geht mit dem Viecher ab Ich spring mal kurz 30 Meter auf einen zu Ah nö Das wird er so einzig Und noch so ein Viech Äh Und noch so ein Viech Äh Alles klar Hm Wenn's so weitergeht Brauch ich gar nicht mehr an die Oberfläche laufen Dann Bin ich automatisch da Klingt nach Oberfläche hier Klingt nach Ich hab das Loch gefehlt Das Licht macht nichts Ja 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 Bevor ich mir ein Bett crafte Nämlich einfach das zelten Auf zum Schiff Geht mir die Schiff Traster Ja Ah Ja Das wird dann wohl das nächste sein Ein Manipulator-Module. Ich kann deinen Meta-Manipulator aufgreifen, um seine Mining-Power ein bisschen zu erhöhen. Ich habe gedacht, das wäre schon... Das muss ich auch noch irgendwo craften. So blöd. Aber ich kann den... Ne, kann ich nicht. Egal. Ich würde sagen, das ganze Zeug machen wir in der nächsten Folge. Bis demnächst.